Grüß jetzt. Ohne, ich rette schonmal den einen, ah nein, da wurde er exekutiert, scheiße. Ich wollte auch einen, den hier einfach... Ich glaube mir mal schnell. So, den Heli schießen wir einfach mal runter, würde ich sagen. Scheiße auf den, okay. LOL, steht direkt neben mir einer. So ist der Heli. So, weg, bei mir sind noch zwei. Schön. Ja, wir spielen jetzt einfach mal im Rage-Mode, laufen ein bisschen durch, machen ein bisschen Feuer. Genau. Ich brauche mal noch eine Waffe, hier ist Munition sehr gut. Wir sind halt die lautesten Spezialagenten der Welt. Richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Waffe ist echt scheiße. Ja, man muss relativ häufig nachladen. Die Granate war nicht so sinnvoll, ich kann nicht wieder überleben. Das ist sehr schön, Vorsicht. Ich nehme mir jetzt lieber was lautet. Vorsicht, der Wagen explodiert noch. Weiter habe ich. Ja, ich bin auch so ein bisschen verbundet. Weiter geht's, würde ich sagen. Richtig. Mal jetzt nicht so reinrennen hier, weil da hinten laufen ganz viele Gegner. Warst du das? Ja. Das zum Thema nicht so reinrennen? Ja, ich wollte nur nicht davor reinrennen, also die können schon kommen, aber weißt du, wenn wir da hinten auf die offene Fläche laufen oder was weiß ich, wie viele Gegner rumlaufen. Ich muss nachladen. Das sind die Gegner. Da kommen die nächsten. Gerade. Oh, hier ist irgendwas geklackt, aber egal. Komm, Gegner unten rechts. krasse scheiße vorsicht da steht einer ab drei kreis er ist da ja man auch wie kann kommen drei gegner soll ich nicht mal ab mann habe ich slow motion ich hab muss leider nachladen du schießt mich vor allem ab du vogel aber ich schätze gar nicht bin am nachladen da steht noch der eine jetzt nicht mehr tja muss wieder ich alles machen ja das war's dann von teil 7 viel Spaß damit ein bisschen kurz diesmal macht's gut tschau tschau